zwischen winter und frühling im rombergpark wir hatten krasse gegensätze darin gesehen es war auf der einen seite schnee auf dem boden auf der anderen seite wie ihr hier seht kirschblüten es war wunderschön und ich habe versucht diese gegensätze etwas einzufangen und euch zu zeigen und wünsche euch jetzt viel spaß bei dem ausflug in den rombergpark und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020